herzlich willkommen und zurück zu let's play wo w ja mit unseren hordenjäger tagari so wir werden jetzt die aufgabe machen die jagd auf zu wollen wir den mal jagen dann den kleinen verräter alten propheten ich sag doch propheten soll man nie trauen ok dann gehen wir mal weiter so ich hoffe mal die musik stört nicht so ganz so sehr im hintergrund ich habe dir jetzt mal ein bisschen lauter gemacht weil ich habe von den musik hier gehört und sind so ein bisschen spannender wenn wir mal so ein bisschen musik haben so ist das denn da müssen wir durch die treppe runter ja so langsam findet man sich ja auch zu rechten so gucken wir mal wo sie sich herumtreiben da vorne gibt es auch noch eine aufgabe gehen wir gleich mal gucken ist weg ok herr in der winde und zu verhandeln ronald könig der loa unser könig da sind sie ja alle seit ihrem raubtier oder beute reitet mit kohl zum tempel des sander lager immer champion haltet euch besser gut fest hallo ich will auch mit aufgericht auf die reiten ihr müsst näher uns hier an ok nach hier auf den kleinen sommer reiten ich dachte wir dürfen auf den großen und schwestern von sandala es ist zeit alle verräter die suhl folgen nen kopf kürzer zu machen donk loa der jagd führt eure anhänger zum tempel des propheten und macht alle feinde nieder jagt unsere widersacher aus ihrem versteck parkour loa der winde steigt in die lüfte und spürt die ketzer auf findet raus was sie vorhaben und trefft uns am tempel gehen wir auf die jagd für sandala für sandala da wollen wir mal sag geht aus dem weg das ist schon eine kleine raptoren raptoren horde guten tag du bist ein questgeber gegner da gibt es eine quest umdrehen wo sind wir denn jetzt hier eigentlich war das die karte nicht lädt hier ok jetzt auch ein flugpunkt sehr schön lustig so an dem aber erstmal den flugpunkt bevor wir hier weitermachen so und jetzt geht's den haben wir schon in einer folge gerettet den guten kommt ihr um zu verhandeln vielleicht level 114 verhärt den tempel des holten ok mögen euch eure feinde niemals mit an in dieser form traut ihr euch unter leute auf dass ihr immer eure feinde erschnüffeln könnt so und dann wollen wir mal dass wir eine zusatzaufgabe ja und attacke somber ist aber gleich mal hier bisschen gas geben wir heute noch ein bisschen vor ich habe kein ziel so kämpft uns erstmal vielen dank noch mal so ein prog ich bin außer reichweite ich muss zuerst etwas analysieren so dann haben wir auch ein bisschen gold sehr schön das stürmer mal die maschinen die nächste geben die mal zehn prozent ja das ist schön machen wir die auch natürlich so und jetzt werden wir euch besiegen ja komm her du auch da hinten ich brauche ein ziel also ich muss sagen die gegner sind bisher noch nicht schwer noch mal gucken wie es in den oberen level bereichen aussieht aber bis jetzt alles so kann ich habe keine dungeon angemeldet aber ihr seht das wartet seit 42 minuten ich war ich kann keine 42 minuten kreis rumlaufen warten dass wir eine instanz losgeht wir sind jetzt einfach mal einer wartestange drin und gucken mal wann sich die öffnet ich musste erst etwas anvisieren ja da ist eine lecke bei ihren himmels tötern fliegt meine kinder tötet diese ketzer genau tötet diese ketzer das wort von zu den dritten so kommt auf mountain und ab zur nächsten schrift rolle ach komm her wir schmerzen uns einfach hier durch die linien so dass das nächste sagt hier mal ein bisschen heilen ich muss zuerst etwas anvisieren und ihr seht man mein erfahrungs also mein erholungsbalken ist fast ein level ihr seht wie selten ich hier komme zum spielen und da kommt auch noch mal drei das ist sehr schön dann ist er jetzt hier richtig action die alten priester die haben so nicht so die bauern ich habe kein ziel ich brauche ein ziel so dass sie nicht sehr schön die vorletzte das letzte wort von zu den zweiten ich habe kein ziel und weiter geht es hier ist irgendwo das hier ja das holen wir uns auf jeden fall das kraut dann holen wir uns halt auch noch den dicken da drüben dazu ich muss sagen unser jäger macht ganz schön schaden dafür dass wir nicht mal gut sind fallen sei eigentlich relativ wie sie aber bis jetzt haben wir noch keine probleme ich muss näher heran ich muss näher heran jetzt die beiden hier noch auch ein ziel und auch besiegt so da hinten müssen wir hin alle drei gleich zusammen das war auch noch sind wir ja nicht so das auch nicht alleine arbeiten ich muss zuerst etwas anvisieren noch ein schuss ich brauche ein ziel besiegt also ich sagten gold kriegt man diesen et und genug wenn man noch die sachen dazu zusätzlich habe ich dann noch verkauft hier soll irgendwo was sein ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren sie sind schon besiegt das ging aber schnell hier soll auch irgendwo was sein oder bestimmt da oben schon mal raus gelassen öfters lasse ich das tier aus gute frau gute frau guter treu so da müssen wir gleich bestimmt als nächstes hoch oder weißt du wie lange ich hier schon warte das schlug zuschauer kann ich schließt dich mit deinen eigenen hauern auf noch keine versprechen die du nicht halten kannst da sind viele streitkräfte von suhl wir müssen sie aus dem weg räumen dann wollen wir mal die hätten auch alle nieder geschmetzelt ohne probleme zack zack u und damit haben wir die aufgabe erledigt warte rahl du hast dresan und rasterkan verpasst was wo sie sind schon fast bei den toren von atal dasar schnell wir müssen sie einholen ihr streift durch mein land so unterstützt aber bei der belagung beugt euch die schwachen der dino mit den anderen die uhr das war schon das sah schon gut aus oh ihr steht vor könig rastaka wehe eure vision sind nicht wahr aber er ist hier der loa des wie nennen wir euch jetzt Hütet eure Zunge, Verräter. Rezan, Rezan. Versteht ihr mich? Ich bin euch nicht untertan. Und ihr gehört nicht unter Könige. Die Zeit der Loa ist um. Die Stunde des Blutes ist bald gekommen. Rezan, er... Er ist tot. Das Ding da ist kein Loa. Oh, oh. Rezan ist tot. Rückzug. Wir kämpfen andermal weiter. Oh, oh, oh. Machen wir mal ein Foto von dem. Oh. Es hat... Nein. Hat uns jetzt wirklich getötet, der Sack? Na gut, das zählt nicht. Ich wollte ein Foto machen. Rückzug. Wir kämpfen andermal weiter. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Vorwärts, Brüder und Schwestern. Macht vor nichts halt. Willkommen in Suldasa. So, dann gucken wir mal. Ah, Mist. Hier haben wir was Gutes schon. Kopf. Kopf haben wir auch schon. Mh, einfach mal das hier. Uuuuh. Zwei Erfolge haben wir halt. Verleih euch Stärke. Schalte die folgenden Geschichtstränge hinzu. Ja, okay. Sehr schön. Es ist gut, der König zu sein. Wir zwingen in... Oh, da haben wir jetzt eine Aufgabe für. Sprechen mit Prozesse in Königin Gemahl. Mögen eure Feinde vor euch zittern. Okay. Gut, in Königes Gemahl. Da nehmen wir den Ruhestein. Ui, 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 ui. Rizar ist tot. Einer meiner Lieblingscharaktere bisher. Ne, neuen Addon. Ah, da ist er. Mh, mh, mh. Oh. Trefft euch mit Natalos Pestrufe auf den Kriegs... Okay, das werden wir natürlich auch machen. So, aber ich danke euch zu euch zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play Veo. Mit unserem Jäger Tagari. Auf Wiedersehen und Tschüss.